Ketchup. Ja, ich würde auch sagen Ketchup. Auf dem Spielfeld musst du schon realistisch sein. Ich glaube, du kannst auch gross träumen, was deine Ziele angeht. Sneakers. Ich kann eigentlich nie ein High Heels an. Ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht. Reisen. Ja. Wir haben zwar nicht zu viel Zeit, aber wenn wir das machen können, dann ist es schön, mal irgendwo anders hin. Stine. Sieg mir jetzt Sturz.